Aaaaaaah 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 Gad von hellworn eu immer nur für einen, ich glaub, bei mir ist das schon angeboren. Mir macht das gar nichts, wenn ich im Stau schwitz und in dem Wagen in mir eine schöne blonde Frau sitzt. So wie es mir ausschaut, die, die ihr zusagen, da huckt auf einmal hinter mir eine rota Sputwand. Da hab ich in der Rettungskasse den Ferrari glatt verblasen, ich glaub, der Typ im Test der Rossa, der rehrt heute noch Rots und Wasser. Die Blonde fährt mir nach, ich hab ja gewusst, die wird mir schwach. Da hat's ein Kappel auf ihr Kopf, wie es mir am Seitenfenster geht. Ich mein, das ist nicht ironisch. Ich glaub, die ist ein bisschen komisch. Ich wollt ihr nur imponieren, jetzt willst du auf einmal diskutieren, ob ich den Führerschein dabei hab und vielleicht nur 1000 Euro. Nein, ich mein, das ist sicher nicht ironisch. Das Leben ist echt ein bisschen komisch. Du bist ein Sieger und auf einmal brachst du dich wieder. Das passiert mir leider immer wieder. Ich glaub ja, dass das Leben gar nicht so schlecht war, wenn's nicht allerweise ungerecht war. Ich mein, das ist nicht ironisch. Das Leben ist echt ein bisschen komisch. Komm, freust du dich, dass du was hast, bis du auch schon wieder los ist. Es fällt davon allein nicht alles in Schoß. Ich mein, das ist sicher nicht ironisch. Aber sie sind auch ein bisschen komisch. Sie sagen, das Lied, das ist ein Graus. Da gibt's sicher keinen Applaus. Na, wissen Sie was? Ist eh gleich aus. Na, wissen Sie was? Ist eh gleich aus. Da schau uns her, jetzt ist es so. Da schau uns her. Untertitelung des ZDF, 2020